Willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skyline mit eurem Ertacus. Ja, ich habe ja gesagt, ich nehme hinterher gleich eine Folge auf, darum sind wir nicht im Hauptmenü, sondern mitten im Spiel. Und da machen wir, warte mal, uno momento, ja, okay. Ich hatte zwar schon eine Folge aufgenommen, die lief ungefähr 10 Minuten, aber das Spiel hat sich dann auf einmal beendet. Eine Fehlermeldung war eigentlich nur, es reagiert nicht mehr. Gut. Ich hatte halt das Industriegebiet ein bisschen weiter ausgebaut, hier ein bisschen was gemacht, hier wollte gerade einen Bahnhof bauen und weg war alles. Also, fangen wir gleich mal an. Fangen wir mal hier weiter. Schon mal die Autobahn vorbereiten, eine bessere Abfahrt. Soll ja alles fließend. Ja, das sieht gut aus. Ich muss noch mal ein bisschen was für die Welt geist. Äh, die Straße. So. Wir sind schon rüber. Wir sind schon rüber. Das sieht relativ gut aus. Da ist ein kleiner, kleiner Knicks drin. Gut. So, also, die sollen hier rumfahren. Oh, hier eine Abfahrt. Natürlich nicht ganz so gerade. So. Und die sollen auch wieder auf Autobahn raufkommen. Ne? Jetzt sollen die aber auch hier rüber, also. So rum. Und dann... Von hier. Von hier. Nein, das machen wir anders. Wecken mit euch. ja wir gehen von hier rum und dann gehen wir darum dann wird das schlau ausgeben große kreuzung versuchen wir es einfach mal versuchen mal klug jetzt muss von da das noch darunter und dann wenn wir jetzt so umgehen die letzte konstruktion seine aus wie ein herz und das fand ich ja nicht ganz so schön passt nicht so das ist belegt von hier kann man schön mit volles mit und das ist natürlich ein feiler im weg blöd ja mal gucken ich frage mich ob das nicht funktioniert überhaupt das ist so viele staus verursacht so eine 6er kreuzung pfeiler im weg ja da sind die pfeiler größer mit bogen direkt auf die andere seite klappt noch nicht ganz so mal gucken ob das staus gibt sie komisch aus aber kann funktionieren also industriegebiet haben wir hier wieder wollten jetzt hier einen bahn also das letzte mal das gemacht habe ist mir hier das spiel ab wo ist unser busbahnhof gar nicht vorhanden nach wir haben aber auch nicht die bus halt ich muss halt die stelle müssen wir machen also da seht ihr es wieder so ein abgehacktes ding muss ich noch mal kümmern machen wir mal kurz pause ich glaube es gibt gerade ein paar probleme ohne busse da müssen wir hier jetzt mal unsere bus haltestelle rein dann machen wir mal eben hier weiter dann müssen wir hier unsere DISS anbinden und DISS anbinden da führt dadurch dann gehen wir gleich fangen wir hier an dann gehen wir gleich mal hier mit rein DISS anbinden wir sind schon welchen wir sind immer noch muss man die stelle nehmen wir die doch dann müssen wir die leuchtung wieder zurück nein ich werde den russ zu größer schnäcker da 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 hin dann gehen wir zurück da rauf da lang 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 hoch setzen wir den da so so kleinen schnäcker das ist dass das passen da ja und nein von hier die bahn ist angeflossen hat kein wasser noch dazu jetzt müssten wir theoretisch auch eine entlastung haben aber das warten wir mal ab müssten die lkw ist bald hier alle reinfahren da hört das wieder ding 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 so stadtviertel haben wir gemacht haben wir eingerichtet und dann setzen wir hier jetzt was waren das haben wir hier bäume oder agrar da bäumchen und der agrar ne da kommt dann kommen die bauern agrarprodukte alles 100 prozentig genetisch verändertes gemüse gucken kriegen wir da drei rein oder die klinge drei rein ja großer pinsel aber wie sieht es mit wasserhaus also genetisch manipulierte lebensmittel brauchen wasser ist ja klar sind mir zu viele ecken und da machen wir auf pause damit hier noch keiner einzieht weil die werden sich ach das haben sie schon die werden sich nämlich ärgern wenn ich gleich sage leute ihr dürft hier nicht rein hier wird die manipulation betrieben und ihr verpestet man es nein sie ist weggemacht bauerhorst und seine familie wohnt hier natürlich recycling und industrieplan kostet mehr geld haben wir jetzt wollen wir hier noch ein bisschen spannung rüber bringen und weiter geht's jetzt müssen wir uns um uns recycling kümmern wir haben es ja vor ein bisschen was wir ein bisschen was weggerissen dementsprechend brauchen wir jetzt wieder und das ist nicht bereit machen wir eine große folge hierhin kann ich schaden ist ja klar dass das nicht funktioniert hat wird so eine große feuerwehr ist gut weil hat kann mir gleichzeitig löschen hat 25 löschtfahrzeuge dort feiner hat nur sechs und kann wohl nicht mehrere gleichzeitig löschen was ist zum teufel denn hier los holla die waldfee die invasion der busfahrer warum was los busse 344 ich habe ja bald mehr busse auf den straßen als autos glaubt gehen wir mal wieder runter gucken wir uns mal das ja das ist das sind die busse die busse sind schuld das sieht auch schon gar nicht mehr so schlimm aus aber das ist mal eine andere geschichte wie viel arbeitslose haben wir denn moment entschuldigung so wir haben immer noch 41 wo haben wir denn überall da haben wir gewerbe da haben wir gewerbe da haben wir gewerbe wir haben zu viel gewerbe setzen wir hier auch mal gewerbe hin zu wenig kommt da noch ein bisschen gewerbe hin was wollt ihr jetzt nicht genügend wett wollt ihr wir haben 41 prozent arbeitslose hier ist wieder eine buslinie entstanden die eigentlich gar nicht so existiert die fütterung wo ist das andere ende ich glaube das ist wo blinkt das denn gucken wir mal das führt nur bis da ok haben wir den übeltäter kann man das jetzt mit rechtsklick weg machen so funktioniert das also ok das wusste ich jetzt nicht aber wie sind wir wieder ein stückchen schlauer ok 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 Was ist das für eine Buslinie? Die existiert gar nicht. Wir müssen gleich mit dem Buslinie mal aufräumen. So. Wir hauen jetzt alle Buslinien weg. Da hat man jetzt langsam gar keinen Überblick mehr drüber. Ich jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, ob ihr noch da durchsteigt. Ich würde es mal stark bezweifeln, dass ihr noch hier wisst, welche Buslinie ich wo, wann, wie gezogen habe. Das ist so. Ah, ja, jetzt hat er eine stinkige. Ihr seht, ich habe eine Buslinie mehr. Einfach so. Ferbiet ein. Ah, das ist gut, man muss wohl schon... Ne. So wie es aussieht. So eine Bushaltestelle davon finden. Dann kann man die ganze Bahn weg. Ja, so fast. Also ordnet sich da neu an. Tote Buslinie, die da haben, wenn sie schon wieder einer ausgeführt hat. Das war ja eine geile Buslinie. Ja, eine Buslinie. Die Stille. Ich glaube, den Busplan, den will ich gar nicht schreiben. Die arme Sau in dem Büro. Da haben wir noch eine Bushaltestelle. Ah, wieder was dazu gelernt. Mit rechtsklick Bushaltestellen wegmachen. Während man Bushaltestellen setzen könnte. Hat. Wie ist das denn? So. Boah, wir tauchen überall noch Bushaltestellen auf. Haben wir gleich schon mal wieder eine entfernt. So, was haben wir denn hier alles gemacht? Oh, ganz bald geschafft sind nur noch weniger. Boah, wir tauchen überall noch hier. Was sollte stellen mir. Hier habe ich jetzt wieder gesehen. Irgendwo muss er hier in einer sein. die noch weg die noch weg so langsam muss noch eine sein da wieder eine weg wieder eine was heute stelle ich habe ich zu viel habe ich zu viele bus heute stellen gesetzt hier haben wir es leicht geschafft ich glaube der größte berufszweig in meiner stadt war busfahrer der liebe nette busch fahrer so haben wir noch welche wir haben es nicht geschafft die letzte bushalestelle fangen wir an vom bahnhof will er da lang okay dann geht es hier um machen wir jetzt eine große große eine ganz wenig halte stellen für einmal aus so der express wir müssen so rum und so müssen wir hier was soll ich für die soren haben wir da eine busroute wird wir machen aber noch mal weiter ein paar busrouten sitzen dann würde ich mal sagen kriegt dieser teil hier noch eine schöne busroute das hat wohl nicht funktioniert dann geht das von hier hier geht es bei den nächsten gut verbunden ist so was heute stelle was macht er denn hier ach das ist eine sackgasse wissen wir ja bescheid das ist jetzt blöd egal kriegt die sackgasse keine falsch das ist der kassel ein falsche seite so die führt dann über diese rote geht hier wird rum damit rum dann müssen wir von da noch da so müssen wir hier rum hier lang dieser kasse so haben wir wieder eine bus route die ist mit keiner verbunden das ist jetzt blöd ja ihr merkt die folge wird auch wieder etwas länger aber das soll ja nicht zu eurem schaden ach ja genau wir hatten hier die einbahnstraße zum friedhof ist so kompliziert ist das war mit den dingern oder ihr gesagt dieses einrasten ist nicht gerade nett und schön und gewöhnungsbedürftig auf jeden fall gewöhnungsbedürftig können wir nicht irgendwie hier zu gehen sagt dass die sackkasse sagt dass die sackkasse müssen wir das große bus jetzt gehen wir hier hoch und hier wieder runter wir müssen irgendwo da unten hin dann bestimmt da kann man noch zwei bus heute stellen zwischen schalten da haben wir eine verbindung das haben wir jetzt mit drin das haben wir drin so wir haben unsere busse gemacht wir haben unser industriegebiet aufgebaut wir haben genug platz zum expandieren und wir beenden diese folge und weil ich jetzt gerade so richtig in laune bin hänge ich noch eine folge hinten ran also bis gleich bis gleich bis gleich